Gestern habt ihr schon hinter dem 1. Advents-Törchen einen Helikopter-Unflug in CMA gewinnen. Und heute hinter dem 2. steht Schneeschul im Fokus, die diese Woche frisch kam und ab jetzt gleich hier im Sortiment sind. Und zwar möchte ich euch den hier vorstellen. Der ist bis 90 kg belastbar. Und ist angelegt an die Markethubs, die man sonst auch schon kennt. Das heisst, die haben hier riesengroße Steigeissen. Direkt unter dem Fuss auch noch gute Steigeissen. Das heisst extrem guter Halt. Kunststoff, sehr robust, pflegeleicht und noch leicht zum Tragen. Sehr, sehr einfache Lime, die man hier im Grunde genommen mit einer Hand auf tun kann, wenn der Fuss drin ist. Und so wie man es vom Snowboardcamp einfach anrätseln kann. Sehr robust mit einer Steighilfe. Das Ganze gibt es bei uns anstatt einen Tabspreis von 250 bis 350 Fr. hier für 129 Fr. Und das noch so lange vor Ort. Also komm vorbei, wenn du nicht kommst, dann bist du Seneschul. So, bis zum nächsten Mal. Oh, ich bin bei mir. Bist du siehst. Bitte sehr lecker. Das Democratic. Ich bin bei mir. Bis zum nächsten Mal.